BBC BBC, die können die Stadien im Fernsehen leerschneiden. Denn das ist das, was man im Fernsehen sehen kann, diese Seite. Dann kommen sie von hier aus. Und dann meine Seite. So, volles Stadion, nicht ein Platz leer. Kein einziger Sitzplatz leer. Und dann, wenn man wieder im Fernsehen ist, ist es ein leeres Stadion. Korruption bei der BBC. So, volles Stadion. So, volles Stadion. So, volles Stadion.